Oh mein... Ah! Energie-Node! Gib mir was nützliches. Okay. So. Ach, ja. Ja. Nehme ich mal den Plasma-Cutter. Der ist ja eigentlich immer zuverlässig. Hoffentlich kommt nicht nochmal so ein... Ach, ne. Hat wieder einen... Äh, wie? Was? Scheiß-Kotzen-Dinger. Aua. Scheiß-Wit-Kotzen-Dinger ausspuckt. Schmeckt das und das. Mano! Das Mist funktioniert nicht Ich hab keine Munition mehr, verdammt Das Scheiß-Bieb ist so viel Munition Bieb Bieb Bieb, 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 bieb Schmeckt das? Aua Okay, hier sterbe ich wahrscheinlich auch Das darf nicht wahr sein Bieb, 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 bieb Scheiß, sie Ich knüppel Sie explodieren? Warum? Wer hat denn an können, dass sie explodieren? Manometer, ich stelle mich an wie ein Idiot Ah, das ist so doof Mann Aber, was ist das immer für ein Vieh, ey? Ja, Munition Meine Fresse, Alter Behängt noch dieses eine Vieh von eben Ganz schön Ganz schön Ah, Explosion Ganz schön im Magen Fuck, wie Schmeckt das? Ne, da kannst du schreiten Irrer Du bist Halbleiter Gold Auch nicht schlecht Noch mehr Explosion Und Ja, voll, ja Nehm ich mal Explosion mit Das kann nämlich ganz nützlich sein Wie man gerade gesehen hat Hä? Oh Mann Ich gehe wieder Scheiße Und jetzt wieder hoch Hey, 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 hey Wo ist das? Scheiße Scheiße Von rechts Nee, von links Komm nur her Ach, das fette Vieh ist wieder da Nein Kleine Biss Vieher Biss Vieh, Alter Diese fetten Dinger Einfach nur fies Wieso müssen sie auch immer wieder neue Viecher ausspucken Wenn man da drauf drückt, kommt noch mehr raus Ne, doch nicht Kommt mal wieder ein Speicherpunkt Ah, ein Speicherpunkt Okay, wir rüsten uns erstmal auf Hier Ach, sehr gut Ein Speicherpunkt Wir haben drei Knoten Und damit werden wir unseren Rig wieder aufbessern Was bringt eigentlich Schaden Schaden Beim Aufspießen mit Genesung 50% erhöhen Ach 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 Naja Bin ich jetzt nicht so dolle Das haben wir noch gar nicht aufgerüstet Aber wir könnten ja mal unseren Flammenwerfer oder so Oder hier mal unseren Impulsgewehr Aufbessern Das auch mal aufbessern So, und einen Knoten bewahre ich mir auf Für schlechte Zeit Das fängt dann zu lenken Also ich muss aufhören Ich laufe noch Zippspeicherpunkt Hallo Okay Leute Ich mach hier Schluss für heute Wir sehen uns dann gleich Ähm Ja, später Wir sehen uns dann Nachher wieder In der nächsten Folge Und ich sage Ciao, bis zum nächsten Mal Leute bei Dead Space 2 Das war wieder euer Ektos Leiser Ciao